Mein Name ist Markus Othmer, ich bin Fernsehmoderator beim Bayerischen Fernsehen, Kommentator für die ARD Sportschau und jetzt das erste Mal hier an der Ascensio Akademie in Palma de Mallorca. Moderation und Präsentation, darum geht es in dieser Woche und ich bin schwer begeistert von dem Studiengang. Das sind alles echte Characters und große Moderationstalente und ich glaube generell, nicht nur für Fernsehmoderatoren, ist der Auftritt vor der Kamera immer wichtiger. Bewegtbild, das ist das ganz große Thema in der Zukunft und die Ascensio Akademie Schüler sind bestens gerüstet. Der Spaßfaktor ist an allererster Stelle, weil wer Spaß hat, der lernt auch gut und ganz wichtig, es gibt keine Blaupausen für einen erfolgreichen Auftritt vor einer Kamera, sondern das Wichtigste und gleichzeitig auch das Schwerste ist Authentizität und das möchte ich gerne vermitteln und wenn das gelingt, bin ich sehr glücklich. Ich glaube jeder, der in dieser traumhaften Umgebung studieren darf, der hat schon mal einen ganz großen Vorsprung für sein Leben danach. Ich genieße das total, die Tage in Palma, gerade im Winter auch mal hier zu sein, für mich eine vollkommen neue Erfahrung und ich glaube, wenn man hier alle Möglichkeiten nur einigermaßen nutzt, dann ist man danach ein ganz heißer Kandidat für die Headhunter dieser Welt.